Fußball-Bundesligist Hannover 96 und Sportdirektor Dirk Dufner werden die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Transferperiode einvernehmlich beenden. 96 Präsident Martin Kind und Dirk Dufner haben darüber in den vergangenen Tagen vertrauliche Gespräche geführt, nachdem Dirk Dufner mit der Bitte um Beendigung der Zusammenarbeit an den Klub herangetreten war. Diese Entscheidung ist zu respektieren. Wir danken Herrn Dufner für die Zeit der Zusammenarbeit, erklärt Martin Kind. Dirk Dufner war seit dem 23. April 2013 Sportdirektor von Hannover 96. Ich sehe meine Aufgabe als erfüllt an, weil alle wesentlichen Transferentscheidungen getroffen sind und der Kader für die kommende Spielzeit steht, so Dirk Dufner.